Erinnert ihr euch noch an das Video, wo ich über den Fußball im kleinsten Land der Welt, dem Vatikan, gesprochen habe? Am Ende des Videos habe ich euch gefragt, ob ihr mehr Videos über Nicht-FIFA-Mitglieder sehen wollt. Wenn ja, über welches? Und die meisten haben sich in den Kommentaren und per Instagram Nachricht gewünscht, dass ich mal was zum Fußball im Fürstentum Monaco machen soll. Anfangs war ich eher abgeneigt von dieser Idee, da ich dachte, dass der Fußball im Fürstentum nur aus dem in Frankreich spielenden Erstliga-Club AS Monaco besteht. Als ich mich aber mehr über den Fußball im zweitkleinsten Staat der Welt befasst habe, umso mehr Informationen habe ich gefunden. In diesem Video zeige ich euch, wie der Fußball Monaco aussieht, welche Rolle der AS Monaco dabei einnimmt und am Ende des Videos werdet ihr verstehen, warum Monaco kein FIFA-Mitglied ist. Was ist das Fürstentum Monaco? Wo liegt dieser und was macht ihn so besonders? Das Fürstentum Monaco ist ein unabhängiger Stadtstaat in Südeuropa und liegt am Mittelmeer. Mit einer Fläche von 2084 Quadratkilometern ist das Fürstentum Monaco das zweitkleinste Land der Welt. Aufgrund seiner größten und geografischen Lage denken viele fälschlicherweise, es sei eine Stadt in Frankreich. Jedoch ist Monaco schon seit 1489, seit über 500 Jahren unabhängig von Frankreich und ist sogar Mitglied der Vereinten Nationen. Wie auch Länder wie Bahrain, Kuwait, Marokko, Luxemburg oder das Vereinigte Königreich ist auch das Fürstentum Monaco eine konstitutionelle, konstitutionelle Monarchie, wo der aktuell regierende Fürst gleichzeitig Staatsoberhaupt des Landes ist. Das ist aktuell Albert Alexandre Louis-Pierre Rainier Grimaldi, kurz Albert II., derzeit dem Tod seines Vaters Rainier III., 2005, als neuer Oberhaupt der Familie Grimaldi, Regierender Fürst von Monaco wurde. Mit einer Zahl von 39.520 Einwohnern leben in Monaco nicht nur genauso viele Menschen wie in Aarhaus oder in Schorndorf, sondern es mit einer Bevölkerungsdichte von 18.000 Menschen pro Quadratkilometern das am zweitdichtesten besiedelte Land der Welt. Von der Bevölkerung, die in Monaco lebt, besitzen nur 22,5% überhaupt die monogassische Staatsbürgerschaft. Denn nicht jeder, der in Monaco lebt oder sogar dort geboren ist, bekommt direkt die monogassische Staatsbürgerschaft. Denn die Entscheidung über Zuteilung und Ablehnung der monogassischen Staatsbürgerschaft unterliegt der Aufgabe des Fürsts Albert II. höchstpersönlich. Jährlich beantragen mehr als 500 Personen die monogassische Staatsbürgerschaft, aber nur mit wenig Erfolg. 2007 wurden insgesamt 68 Personen die monogassische Staatsbürgerschaft verliehen, im Jahr 2010 sogar nur sieben. Viele Menschen, die nach Monaco kommen und dort leben, sind Berühmtheiten oder Personen mit sehr viel Geld. Man schätzt, dass die Hälfte der Einwohner und Einwohnerinnen Millionäre sind. Das Fürstentum ist bei den Reichen sehr beliebt, da sie dort keine Steuern auf ihr Einkommen zahlen müssen. Zusätzlich ist Monaco ein guter Ort, um sein viel Geld im Glücksspiel zu verprassen oder es für teure Yacht und Immobilien auszugeben. Dazu ist Monaco ein Land, wo absolut keine Arbeitslosigkeit herrscht und mit einer Lebenserwartung von 89,5 Jahren hat man die höchste weltweit. Die Nationalflagge von Monaco besteht aus zwei horizontalen Streifen in Rot und Weiß. Die Farben, die auch im Fürstenwappen der Familie Grimaldi zu finden sind. Am 4. April 1881 wurde diese Flagge unter Karl III. offiziell eingeführt. Heute sieht die Flagge exakt ähnlich aus wie die von Indonesien, nur das Seitenverhältnis ist anders. Als Indonesien sich am 17. August 1945 für unabhängig erklärte, führte man auch am selben Tag die rot-weiße Flagge ein. Das Fürstentum Monaco bemerkte die Ähnlichkeit zur eigenen Nationalflagge und protestierte gegen den Entwurf. Dieser wurde jedoch abgelehnt, als sie herausstellte, dass das Design der indonesischen Flagge die ältere der beiden ist. Neben der auf der Kopf gestellten Polenflagge gibt es noch weitere Alternative inoffizielle Flaggen Monacos. Das Fürstentum Monacos ist eines der wenigen Länder auf der Welt, das zwar den Euro als offiziellen Zahlungsmittel nutzt, aber kein EU-Mitglied ist. Weltweit gibt es nur San Marino, Andorra, der Vatikan, der Kosovo und Montenegro. Obwohl Monaco zu den kleinsten Ländern der Welt gehört, ist Sport im Fürstentum sehr beliebt. Viele große Sportevents fanden dort schon statt, wie die Schwimm-Europameisterschaft und die Wasserball-Europameisterschaft 1947, die Fecht-Weltmeisterschaft 1950 und die Spiele des UEFA-Superpokals zwischen 2000 bis 2012. Auch veranstaltet Monaco durch seine Motorsport-Rennstrecke in Monte Carlo seit 1929 mit dem großen Preis von Monaco die Formel 1 und gehört dort zu den anspruchvollsten Strecken. Seit 1907 ist das Fürstentum Monaco Mitglied des Internationalen Olympischen Komitee und nimmt seit 1920 regelmäßig an den Spielen teil. Zwei Jahre nach dem ersten Auftritt bei den Olympischen Sommerspielen holte er Montagasse Julien Médesat 1924 in Paris eine Bronzemedaille in Architektur. Diese Medaille wird jedoch nicht mehr vom IOC anerkannt, da Kunst und Architektur keine olympische Disziplin mehr ist. Das offiziell beste Ergebnis, das monogassische Sportler und Sportlerinnen bei den Spielen jemals einfahren konnten, war der sechste Platz 2022 in Zweierbob. Neben den Olympischen Sommer- und Winterspielen nahmen monogassische Sportler und Sportlerinnen auch an anderen Wettbewerben teil. Yang Xiaoxin ist ein chinesisch-monogassischer Tennisspieler, der 2019 bei den Europaspielen in Minsk Vierter wurde. Einer der beliebtesten Sportarten in Monaco ist Badminton, weshalb man 2010 einen eigenen Badmintonverband gründete. 2013 wurde der Verband sogar Mitglied im Kontinentalen Dachverband Badminton Europe und ein Jahr später, 2014, in der Badminton World Federation. An internationalen Turnieren hat die monogassische Federball-Nationalmannschaft bisher noch nicht teilgenommen. Neben der Rennstrecke Monte Carlo ist das Fürstentum auch für seine Rennfahrer bekannt. Der erste von ihnen war Louis Chiron, der maßgeblich an der Organisation des ersten Grand Prix 1929 in Monaco beteiligt gewesen war und 1910 bei der WM Vierter wurde. Ein weiterer monogassischer Rennfahrer war Olivier Beretta, der bei der Formel 1 wenig Erfolg hatte. Der mit Abstand beste und bekannteste Formel 1 Rennfahrer aus Monaco ist Charles Leclerc bei Ferrari. Er gewann 2016 die GP3 Serie und 2018 die FIA Formel 2 Meisterschaft, den zweithöchsten Wettbewerb des Rennsportes. Seit 2019 ist er mit Ferrari unterwegs und holte mit der Vize-Weltmeisterschaft 2022 das beste Ergebnis eines monogassischen Automobil-Rennfahrers in der Geschichte. Sportvereinsmannschaften in Monaco gibt es einige. 2019 wurden die Monaco Rugby Sevens gegründet, ein professionelles 7er Rugby Team, das seit 2020 in der höchsten französischen Rugby Liga spielt. Der älteste Sportverein in Monaco wurde 1903 als monogassischer Fußball- und Leichtathletikverein gegründet. Hercules 1, seit 1921 auch als Monaco Sports bekannt, war ein Sportverein, der hauptsächlich in Frankreich aktiv war. Die Fußballabteilung von Hercules de Monaco spielte hauptsächlich in der zweiten französischen Liga und nahm auch mal am französischen Pokal teil. 1924 fusionierte der Verein mit drei weiteren Sportvereinen aus der Region und daraus entstand die uns heute bekannte AS Monaco. Die Assoziation Sportive de Monaco, kurz AS Monaco, ist ein All-Sportverein im Fürstentum Monaco, dessen Sportabteilungen jedoch hauptsächlich an französischen Wettbewerben teilnehmen. Am bekanntesten ist die Abteilung des Männerfußballs, wo die AS Monaco FC schon einige Erfolge einfahren konnte. Der Fußball-Club wurde insgesamt achtmal französischer Fußballmeister und fünfmal französischer Fußball-Pokalsieger. Auch international waren die Monagassen ziemlich erfolgreich. Der Verein konnte sich mehrmals für die Königsklasse qualifizieren und kam 2003-04 sogar bis ins Champions League Finale. Neben der AS Monaco gibt es auch noch die OS Monaco, die seit 2010 die Fußball-Frauenabteilung des Clubs ist. Die schafft es regelmäßig ins Oberhaus des französischen Fußballs, aber holt zum Gegensatz zu den Männern keinen einzigen nationalen Pokal. Abseits vom Fußball hat die AS Monaco weitere recht erfolgreiche Sportabteilungen. Der Volleyballverein von Monaco, die aktuell in der französischen 2. Liga spielen oder Basketball-Club. Letzterer gewann sogar 2020 21 den Eurocup und wurde bei der Basketball-Champs League 2016 17 Dritter und 17-18 kamen sogar bis ins Finale, scheiterte dort jedoch an AEK Aten. Kommen wir wieder zurück zum Fußball. Das Fürstentum Monaco hat seit April 2000 einen eigenen Fußballverband und eine eigene Fußballnationalmannschaft. Obwohl das Fürstentum ein unabhängiges und souveränes Land ist, ist es weder Mitglied in der FIFA noch der UEFA und nimmt deshalb an von der FIFA UEFA nicht organisierten Wettbewerben teil. 2003 wurde der monogassische Fußballverband Gründungsmitglied des NF-Boards, ein ehemaliger Dachverband für nicht anerkannte Nationalmannschaften. 2003 nahmen sie an der ersten Ausgabe des Viva World Cup teil, wo sie sogar das Finale erreichten und dort nur 21 zu 1 gegen Lapland verloren. Im Jahr 2009 untersagt die Regierung von Prinz Albert der Auswahl die Teilnahme einer dritten Ausgabe des Viva World Cups, da dieser vom Pardania-Team organisiert wurde. Pardanien ist für die, die es nicht wissen, ein verwendeter Propaganda Begriff. Da benennt die rechtspopulistische Partei Lega Nord die Regionen Norditaliens, um Italien als Land vom Süden zu spalten. Ein Jahr später im Mai 2010 verließ der monogassische Fußballverband den NF-Board aus diplomatischen Gründen, da man als unabhängiges Land nicht mit separatistischen Gebieten wie Pardanien, Somaliland, Kurdistan, Tschetschenien usw. nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Zusätzlich kritisierte man, dass der Dachverband regelmäßig unerlaubt Werbung mit den Füßen von Monaco macht, da dieser regelmäßig Spiele der Nationalelf besucht. Aktuell ist die monogassische Fußball-Nationalmannschaft ziemlich inaktiv und absolvierte im April 2017 zuletzt ein Länderspiel. Eine eigene nationale Liga, Monaco nicht, dafür aber einen eigenen Pokal. Der Challenge Prinz Rainier III. ist der höchste nationale monogassische Fußball-Pokal, der seit 1975 jährlich ausgetragen wird. Dieser Pokal ist eher weniger einer, an denen professionelle Mannschaften wie die A's Monaco zu finden sind, sondern die Teilnehmer bestehen hauptsächlich aus Freizeittruppen, bestehen aus Bewohnern oder Mitarbeitern in Hotels oder Casinos. Der aktuelle Champion des Wettbewerbs ist Cannavier de France, eine Mannschaft aus Soldaten, die zum Schutz des Fürstenpalastes dienen. Rekordsieger des Turniers ist Son Casino mit 13 gewonnenen Tassen. Das Fürstentum Monaco hat trotz seiner Größe auch ein eigenes Fußballstadion. Das Stade Louis De ist das Stadion vom französischen Erstligisten AS Monaco FC und bietet Plätze für 18.525 Zuschauern. Neben Heimspieler des AS Monaco haben zwischen 2000 bis 2012 regelmäßig die Spiele des UEFA Supercups im Stad Louis stattgefunden. Der monogassische Stadtteil von Velje, wo das Stadion 1981 bis 1985 gebaut wurde, gab es sogar vorher nicht, sondern wurde erst 1971 mit Landerweiterung im Mittelmeer erschaffen. Das ist eine ganz normale Vorgehensweise im Fürstentum, da aufgrund der Größe des Landes kaum Platz für neue Infrastruktur existiert. Deshalb baut das Fürstentum entweder in die Höhe, unterirdisch oder erweitert halt das Staatsgebiet im Wasser. Diese Maßnahme mit der Landerweiterung ist nicht ganz so billig, weshalb man sehr sparsam mit dem Platz im Land umgeht. Bis auf das Fußballstadion liegt der Großteil der Fußballinfrastruktur außerhalb der monogassischen und innerhalb der französischen Staatsgrenzen. Dazu gehört das Trainingszentrum vom AS Monaco und zwei kleinere Fußballplätze an der Grenze zum Fürstentum. Halten wir fest, Monaco hat einen eigenen Fußballverband, hat eine eigene Fußballnationalmannschaft, führt einen eigenen Pokalwettbewerb, hat sogar ein professionelles Fußballstadion mit einer Kapazität von 20.000 und sogar einen international erfolgreichen Fußballverein. Zusätzlich ist das Fürstentum Monaco ein eigenständiges und unabhängiges Land und hat seit 1993 sogar einen Sitz in den Vereinten Nationen. Also warum ist der monogassische Fußballverband bis heute nicht Teil der FIFA oder der UEFA? Warum das Fürstentum Monaco im Fußball nicht international anerkannt wird, hat mehrere Gründe. Das Fürstentum Monaco ist das flächenmäßig zweitkleinste Land der Welt und hat genauso viele Einwohner wie Liechtenstein, ein Land das keine eigene Liga und keine konkurrenzfähige Nationalmannschaft hat. Eine monogassische Fußballnationalmannschaft würde sowas ähnliches widerfahren und als Station gelten, die regelmäßig abgeschossen wird. Ob man überhaupt genug monogassische Nationalspieler findet, ist auch eine Frage. Denn wie ihr zu Beginn des Videos erfahren habt, sind die meisten, die Monaco leben, nicht in diesem Land geboren. Zusätzlich erhält nicht jede Person, die Monaco geboren oder aufgewachsen ist, die monogassische Staatsbürgerschaft. Um diese zu bekommen, muss man die Zustimmung vom Fürst Albert II. einholen und muss bereit sein, die frühere Staatsangehörigkeit aufzugeben. Dass die Chance überhaupt die monogassische Staatsbürgerschaft zu erhalten, sehr gering ist, das habe ich euch schon bereits erklärt. Eine Staatsangehörigkeit ist laut der FIFA ein wichtiges Kriterium, um überhaupt offizielle Länderspiele bestreiten zu dürfen. Man könnte es zwar so machen und für Fußballspieler schneller die monogassische Staatsbürgerschaft vergeben, aber dies würde erstens den Wert und die Bedeutung der Staatsbürgerschaft nehmen und zweitens ist das nicht so legal. In der Theorie könnte man Profispiel aus Frankreich oder Italien, die noch kein Länderspiel für die Nationalmannschaft absolviert haben, nach Monaco locken, um ihnen eine Nominierung für die monogassische Nationalelf zu sichern. Wenn da noch Gelder mit im Spiel sind, kommt das einem Fußballtransvergleich, was auf Ebene einer Fußballnationalmannschaft nicht erlaubt ist. Oder man geht den Weg wie in Katar und lockt junge ausländische Spieler ins Emirat, damit sie irgendwann gut genug sind, um eventuell für die katarische Nationalmannschaft zu spielen. Dies ist aber nicht nur moralisch verwerflich, sondern auch nicht so erlaubt. Das nächste Problem, was das Land an einer möglichen FIFA-Mission Mitgliedschaft hindert, ist die Infrastruktur und die Frage, in welchem Stadion sollte man spielen. Es gibt zwar mit dem Stade Louis ein professionelles Fußballstadion im Fürstentum, aber das würde man sehr wahrscheinlich nicht benutzen dürfen. Denn dieses Stadion ist die Heimstätte vom Ars Monaco, der einzige monogassische Fußballklub, der in der französischen 1. Liga spielt. Da das Stadion das einzige innerhalb der Landesgrenzen Monacos ist, müsste sich die Ars Monaco das Stadion mit der Nationalmannschaft und der nationalen Liga teilen. Wenn dort zusätzlich die Ars Monaco noch an französischen Pokalwippen werben und international spielt und dort zusätzlich noch andere Sportarten ausgeführt werden, würde es zu einem organisatorischen Chaos kommen. Um dieses Problem zu lösen, müsste man ein zweites Stadion errichten. Hierfür hat man allerdings im Land nicht genügend Platz, wie ich schon mal erwähnt habe. Und der Aufwand für das Ergebnis niedrigklassiger Fußball würde es sich ernsthaft für das Land nicht lohnen. Auch wenn man das alles irgendwie hinbekommen würde, gibt es einen entscheidenden Grund, warum das Fürstentum Monaco kein offizielles Mitglied der FIFA oder UEFA ist. Denn der Grund ist ganz einfach, sie haben kein Interesse. Der monogassische Fußballverband hat sich noch nie ernsthaft für eine FIFA- oder UEFA-Mitgliedschaft beworben und hat aktuell auch kein Interesse vielmehr wollen sie sich mehr auf den Vereinsfußball konzentrieren, da dieser deutlich profitabler ist. Der AS Monaco ist einer der erfolgreichsten Vereine im französischen Fußball und ist des öfteren auch international unterwegs. Für das Fürstentum Monaco ist das viel mehr Aufmerksamkeit als eine Fußball-Nationalmannschaft, die jedes Spiel auf den Sack bekommen würde. Auch besitzt die Familie Grimaldi, die regierende Familie im Fürstentum Monaco, 33,33 Prozent der Anteile am AS Monaco. Mit diesem wollen sie viel mehr Arbeit und Aufwand reinstecken, als in irgendeiner Fußball-Nationalmannschaft, die eh kein Profit erzeugt. Eher wird der AS Monaco ähnlich wie der FC Barcelona in Katalonien oder der Athletic Club de Bilbao in Baskenland als monogassische Fußball-Nationalmannschaft angesehen, die halt im Vereinsfußball kickt. Aus diesem ganz einfachen Grund ist das Fürstentum Monaco kein Teil der FIFA. Was sagt ihr? Wie findet ihr den Vorgang vom Fürstentum? Könnt ihr es nachvollziehen oder nicht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Folgt mir auf Instagram und auf TikTok. Wenn ihr wissen wollt, wie der Fußball in anderen Ländern der Welt ist, wie zum Beispiel im Vatikan oder in Grönland, dann klickt auf die hier verlinkten Videos. Vergisst nicht meinen Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken. Das war's im Video, bis zum nächsten Mal und ciao. harion jetzt h hier Vielen Dank.